fran bebeto wie ist ein bebeto und welch ein klasse tor ein zuckertor des brasilianers artistisch aber vorbereitet von mancarin nicht von vicky restein so was wollen die zuschauer sehen 36 minuten gespielt neuer spielstand 3 zu 0 für deportivo doppelpass und dann dieser fulminante schuss so schnell können die bayern abwehrspieler gar nicht hinterher schauen